UNTERTITELUNG Seit Jahrtausenden feiert man in Azeroth das Mondfest. Und hier im Nexus tun wir das jetzt auch. Wir feiern mit der Familie und verehren unsere Ältesten und Ahnen. Oder sonst wen. Vorher reinigen wir noch unsere Häuser vom Staub und Dreck des vergangenen Jahres. Wir versuchen, unsere ausstehenden Schulden zurückzuzahlen. Und um frisch anzufangen, begleichen wir auch alle Rechnungen. Bei einigen gibt es da mehr zu begleichen als bei anderen. Und jetzt lassen wir nach allen Vorbereitungen und im Kreis unserer Familie das Mondfest beginnen. Das ist die Maschinenkarte. Die Nameste, wenn ich auf unsere Bereitungen will, den Sie natürlich noch nicht immer wieder ein. Aber jetzt müssen wir nach dem Kreis den?' Wir kommen über die Maschinenkarten,